Da Colorless bald bei Manga Kult erscheint und ich den Manga hier in einer schönen Edition Da habe und darüber reden wollte, gebe ich jetzt mal eine Empfehlung raus Story Schreiber und Zeichner ist Kent aus dem Dojin Zirkel Wheel Comics Plus Anime Figuren Sammler könnten Kent von seiner Arbeit als Concept Artist für Prime One Studio kennen Die Story ist mit sieben Bänden aktuell fertig gezählt und ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen gehabt Sie ist dem Science Fiction und Action Genre zuzuschreiben Leute die Doho Hedoro zugesagt haben, müssen diesen Manga gelesen haben Zur Story Eine enorme Sonneneruption ließ dem Planeten alle seine Farben verlieren Die Menschheit steht kurz vor dem Untergang Auch durchlaufen die Menschen genetische Mutationen, die sie in Monster verwandeln lassen Der Schlüssel zur Rückeroberung der alten Welt liegt in der Macht, die in den Farben und einem mysteriösen Mädchen inne wohnt Hier ist mein Autogrammbuch von Kent aus dem ersten Band, in dem ich mal durchblättere, damit ihr einen guten Einblick bekommt Gekauft habe ich mir das gute Stück während eines Japan-Aufenthalts in einem Mandarake-Store für Ich meine um die 1000 Yen Schön finde ich, weil er nicht ein Autogramm als solches benutzt, sondern nur Kent schreibt, dass er immer eine Zeichnung statt eines klassischen Autogrammes gibt Was so einen individuellen Touch verleiht Gleich die ersten Seiten trumpfen mit starken Farbseiten auf Und diese Farben, wohl eher Farbelemente, die mitten im Band erscheinen, sind meiner Meinung nach das, was diesen Manga besonders macht Vorab ist es keineswegs der erste Manga, der Farbe in einen schwarz-weiß Manga als Story-Element einbaut Ein anderes Beispiel, das mir aus dem Stand einfällt, wäre Pluto von Naoki Urasawa oder Daily Report About My Witch Senpai Aber es wird hier so kreativ eingesetzt und sieht absolut bombastisch aus Je weiter die Story sich entwickelt, desto mehr Farben kommen in die Welt Dabei ist der Manga sehr rough und dreckig gezeichnet, was gut zur Sci-Fi-Welt an sich passt Also absolut schön und stimmig Was noch anzumerken ist, Manga-Kult hat bereits gesagt, dass der Preis von 12 Euro bleiben soll Und das trotz der Farbelemente Deshalb solltet ihr nicht die Sorge haben, dass es wie bei Webtoons dann auf einmal 16 bis 18 Euro pro Band kostet Deshalb, ich bin gespannt, wie sie das machen Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den Manga geben und davon überzeugen, im August mal reinzulesen Bis bald, eurer Fanboys69 Und nochmal Dankeschön an Kaito Kid für den Shoutout Bye